Musik Wir sind das Team Berlin Juniors, ein Synchron-Eiskunstlauf-Team. Das Berlin Juniors Team ist mit einem 5-Tage-Trainingsplan auf dem Eis schon fast zu Hause. Synchron-Eiskunstlaufen ist ein Sport, bei dem 16 Läuferinnen gemeinsam auf dem Eis laufen und zu einer Musik eine Choreografie zeigen. Eine Choreografie benötigt auf jeden Fall hartes Training, welches sich sehen lassen kann. Dieses Jahr war unser absolutes Highlight die Weltmeisterschaft in Kanada, bei der wir die sechs beste Nationen geworden sind. Außerdem sind wir 18-facher Deutscher Meister und bestreiten erfolgreich jedes Jahr internationale Wettbewerbe. Ein Erfolg nach dem anderen holen sich die Läuferinnen mit nach Hause. Ihr Ehrgeiz wird dadurch noch weiter vorangetrieben. Wir würden gerne den Preis gewinnen, um uns damit die Reise zu unserer Junioren-WM in Saakrab finanzieren zu können. Das wäre eine große Unterstützung für uns und wir würden uns wünschen, dass dadurch unsere Sportart populärer wird. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass das Synchron-Eiskunstlauf Berlin Juniors Team den Amateursportpreis verdient hat, dann stimmen Sie jetzt ab für das Berlin Juniors Team.